Konkretes Ziel für Stephen Hawking's Projekt Stephen Hawking bereichert die Wissenschaft mit seinen Arbeiten, seinen Hypothesen oder auch anderen Beiträgen, die die Welle schlagen und somit zum Nachdenken anregen. Auch bei seinem neuesten Projekt geht es um eine spannende Sache, aber zunächst einmal Stephen Hawking. Stephen Hawking ist einer der berühmtesten Physiker unserer Zeit und hat unter anderem durch seine Thesen zu schwarzen Löchern für Aufsehen gesorgt. Wenn er also etwas veröffentlicht, dann hat das also richtig Gewicht. Und im Jahr 1974 hatte der Astrophysiker beispielsweise gezeigt, dass ein schwarzes Loch nicht nur absorbiert, sondern auch reflektiert. Obwohl grundsätzlich nicht einmal Licht aus einem schwarzen Loch gelangen kann, ist es einer besonderen, sehr schwachen Strahlung möglich, aus einem schwarzen Loch zu entkommen. Konkret belegen oder nachweisen konnte man die Strahlung aufgrund der Schwäche jedoch erst im August diesen Jahres. Da konnte der israelische Physiker Jeff Steinhauer einen ersten ernstzunehmenden Beweis für Hawking Strahlung finden. Stephen Hawking hat nicht nur Thesen wie die zu den schwarzen Löchern in die Welt gesetzt. Manchmal sorgt er auch für Aufruhr mit weniger positiven Aussagen. Er warnte unter anderem vor einem Kollaps unseres Universums. Als Grund dafür sieht er die Auswirkung der Forschung am Higgs-Boson. Vor rund fünf Jahren gelang in Genf der erste Nachweis für das Teilchen, das allen Existierenden die Masse verleiht. Das ist auch als Higgs-Teilchen bekannt. Für die Entdeckung nach knapp 50 Jahren Forschungsarbeit gab es für die verantwortlichen Wissenschaftler sogar den Nobelpreis für Physik. Und was ist an dem Teilchen jetzt so besorgniserregend? Unter extremen Stressbedingungen verursacht durch einen Teilchenbeschleuniger könnte das Teil einen katastrophalen Vakuumabfall bewirken. Bislang gibt es aber noch keinen Teilchenbeschleuniger, in dem ein solches fatales Experiment durchgeführt werden könnte, meinte der Professor gegenüber der Sunday Times. Und jetzt zu Hawkins neuestem Streich unter dem Namen Breakthrough. Starshot lief im April diesen Jahres ein Projekt der Breakthrough Initiatives an. Dabei sind Leute wie eben Stephen Hawking, aber auch Mark Zuckerberg, Milliardär Juri Milner und der ehemalige Chef des Amos Research Centers der NASA, Pete Worden. Gemeinsam wollen sie winzige und extrem schnelle Raumschiffe entwickeln. Die Raumschiffe sollen nur mit dem nötigsten ausgestattet sein und sollen aus Wavern bestehen. Waver sind runde, nur wenige Millimeter dicke Scheiben aus Silizium. Dazu kommt noch ein Sonnensegel. Mit dem Sonnensegel spart man sich nämlich jegliche große Antriebstechnologie. Raumschiffe mit Sonnensegeln können von der Erde aus, also von uns aus, mit dem nötigen Schub versorgt werden. Mehrere Laser werden dafür auf die Raumschiffe gerichtet, um sie in Minuten schneller auf 20% der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Durch die Leichtbauweise können die Raumschiffe Strecken in wenigen Stunden oder wenigen Tagen zurücklegen, für die andere Weltraumgefährte wie Satelliten zum Beispiel mehrere Monate brauchen würden. Das Universum ist dadurch also viel leichter und vor allem schneller erkundbar. Und jetzt bekommt auch noch ein anderes Projekt der Breakthrough Initiatives ein konkretes Ziel. Das Mysterium um KIC 8462852 oder auch Tabby Star genannt. Tabby Star soll mithilfe der Instrumente des Breakthrough Listen Projektes aufgeklärt werden. Das Mysterium Tabby Star bereitet Forschern seit Jahren Kopfschmerzen. Der Stern leuchtet nämlich immer wieder unterschiedlich stark und dann wieder schwach auf. Die Ursache dafür ist noch immer unbekannt. In Berkeley versuchen Forscher in nächster Zeit mit dem Radioteleskop des Green Bank Observatoriums ein Petabyte an Daten zu sammeln. Mit diesen ersten Erkenntnissen über Tabby Star und sein ungewöhnliches Leuchten soll für Hawkins Projekte Vorarbeit geleistet werden. Bevor das Rätsel um den Stern gelöst wird, gibt es natürlich schon erste, wenn auch etwas abwegige Spekulationen. Manche, wie Jason Wright, vermuten, dass intelligente außerirdische Lebensformen um den Stern herum ein Gerüst gebaut haben, um dessen Energie nutzen zu können. Es gibt auch schon Stimmen zum möglichen Kontakt mit Aliens. Dan Vertimer vom Berkeley City Research Center hält das Zusammentreffen zwar für unwahrscheinlich, sagte aber, Zitat, Es wird etwas Bizarres sein, dass jemand durch einen Zufall findet, etwas, das niemand erwartet hat und auf das wir dann genauer gucken und sagen, hey, das ist eine Zivilisation. Zitat Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da, darf einfach hier klicken. Und wenn ihr hier klickt, kommt ihr zu einem Video, in dem wir uns noch genauer mit der Hawking-Strahlung beschäftigen. Viel Spaß dabei und was glaubt ihr, was bzw. vielleicht sogar wer sorgt für die Helligkeitsschwankungen bei Tabby Star? Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da und bis dahin eine schöne Woche.